Neuheinde an der Bundesstraße 108 Ja, da bieten wir noch mal links ab Neuheinde Landkreis Rostock Knöppeldamm schon wieder Kumpelchen Kumpeldamm schon wieder Kumpeldamm 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 Ja, schön verfallen Kumpeldamm Ich mach das jetzt so Ich fahr jetzt hier einfach Ich mach das so viel besser Man muss sich nur uns helfen müssen Neuheinde So läuft das hier Aber da Könnte man auch noch rein fahren Wollen wir mal machen Ja Wir müssen hier sind Der Seeweg Da wird er wohl im See sein Aber hier Ganz ohne Dach und so Dass es sowas gibt Ich hab noch nicht gesehen Wenn das der Seeweg ist Der kann man Der kommt auch wieder hoch hier Hier wird noch gewuddelt Ich hab noch geflüchtet Seedach Da kann man hier drehen Ich hab noch mal Ich hab noch mal Ich hab noch mal Wer ist hier wohl nicht? Guck mal wie schön das geht Neuhände Kommt wohl ab und zu mal Mach runter oder was? Die ganzen Steine losgeschwemmt So, Reetachhaus da hinten Guck mal ganz, wo es gar nicht alles ist So bestellt man seinen Garten hier ein Und hier Super Wenigstens die Scheiben sind auch heil Teil jedenfalls Hat mir schon Spaß Kann man da nicht meckern Dann fahren wir hier noch ein bisschen weiter Kastanien eigentlich Das ist ja auch Kastanien Das ist gar nicht sicher Da brauchen wir hier Da haben wir hier noch Das ist gar nicht zu lang Das ist gar nicht Komm euch rein hier Dann haben wir hier noch Die See ist ja auch rechts da Die See ist ja auch rechts Das ist ja auch rechts Das ist ja auch rechts Und hier ist ja auch rechts Jetzt kommt, hier kann man gar nicht aussprechen, Friede-Rede, Friede-Rede, wollen wir nicht rein hier, Friede-Rede wollen wir hier. Das ist nun mal noch neu, ein, äh. Das wär's, und...